Also gemäß unseres Themas, es geht um göttliche Heilung. Dann gibt es bestimmte Dinge, die wirklich als Schlüsse und auch als wichtig gelten. Also wer auch immer wirklich greifbare Heilung im Leibe erleben möchte. Ich kann meine früheren Tage nämlich im Christentum erinnern. Und ich habe viele Menschen, aber auch viele Lehren gefolgt. Doch in vielen Fällen, wenn ich diese Lehren gehört habe, habe ich verschiedene Schlüsse bekommen. Manchmal sind es fünf Schlüsse zur Heilung. Also manchmal sind es 13 Schlüsse zur Heilung. Also dann wundert man sich, naja, welchen Schlüsse schließt mir die Heilung auf? Ja, und dementsprechend gibt es so viele Schlüsse, dass man dann wirklich Mühe braucht, den richtigen Schlüsse zu suchen, damit man Heilung aufschließt. Und in Afrika zurück zu blicken, jeder möchte gesund sein. Sogar hier möchte jeder gesund sein. Also neben den Schlüsse zur Heilung gibt es auch die Schlüsse zum Wohlstand. Ja, dann gibt es noch Schlüsse zum Durchbruch. Ja, da frage ich mich eines Tages, naja, wodurch möchten wir gerne brechen überhaupt? Denn ganz ehrlich, es sind nur Diebe, die irgendwo durchbrechen und einbrechen. Ja, denn wenn du irgendwo durchbrechen möchtest, dann heißt es, du bist dort, wo du bist, gar nicht zufrieden. Und tatsächlich brauchst du Glauben, um in Christus durchzubrechen, weil du schon in Christus bist. Aber eine Sache, die mich dazu bewegt hat, so anzufangen, ist, wenn wir gemeinsam bitte Philippabrief Kapitel 3 aufschlagen. Und wir schauen uns da ein paar Verse und dann steigen wir in das Thema stark hinein. Philippabrief Kapitel 3 und ich fange mit Vers 7 an. Amplified Bible Version sagt, but whatever former things I had that might have been gains to me. Aber was auch immer mir Gewinn war. I have come to consider as one combined loss for Christ's sake. Das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. I look at the Message Bible Version, also puts it like this. Also eine andere Bibel Version hat es wie folgt. The very credentials, these people are waving around as something special. Also die, also ich sag mal so, die Kriterien, die bestimmten Voraussetzungen, die manche Leute so um sich werfen als was Besonderes. Und all diese Kriterien und all diese, sag ich mal so, so Dinge, die man, worüber man sich gerühmt hat, die zerreiße ich alle und entsorge sie mit dem Müll und all das, wofür ich selber den Lob einkassiert habe. Und da stellt sich die Frage mit zwei Wörtern, und warum? Und die Antwort lautet, Christus wegen. Das heißt, wenn du Christus kennenlernst, Also es gab bestimmte Dinge, die man vorher vergrößert hat, die man in Hochachtung gehalten hat. Ja, Dinge, die man wertgeschätzt hat. Doch all diese Dinge haben dir, ich sag's in meinen Worten, eine verkockste Gesinnung, eine verkockste Denkweise über deine Identität. Die Herausforderung der Gemeinde heute ist nicht Heilung, Wohlstand und ein paar andere Dinge. Unsere Herausforderung heute ist zu erkennen, wer wir sind in Christus. Es ist nicht schwierig, für einen Hund zu bellen. Denn warum? Es kommt mit dem Hund sein, dass man bellt. Und deshalb ist es nicht schwierig, für ein Kind Gottes in Gesundheit zu wandern. Denn wenn deine Gesinnung, nämlich wer du bist, wahrnehmen würde. Denn Heilung ist etwas, was nämlich mühelos geschieht. Doch warum ist Heilung nun für manche Leute ein Ringen, ein Kampf? Der Grund ist ganz einfach. Unsere Gesinnung ist so voll bepackt mit vielen Informationen, die für uns eigentlich nutzlos sind. Es ist praktisch natürlich für jeden Menschen. Denn wir haben immer dieses Gefühl, es gibt kein Gewinn ohne Schmerzen. Wir haben immer dieses Gefühl, es gibt nichts, was man erzielen kann, ohne dass man etwas dafür tut. Also natürlich haben wir uns programmiert, nämlich damit wir überhaupt irgendwelche Resultate in unserem Leben erfahren. Als erstes gibt es etwas Besonderes von anderen Leuten, die wir schon mal getan haben müssen. Und das ist erstaunlich, im Gottesherz hineinzuschauen. Nämlich im Herzen Gottes gibt es das totale Gegenteil dessen, was ich gerade gesagt habe. Und deshalb, wenn es zu Umständen kommt, und zwar wo die Menschen Krankheit erleben. Und da schaut der Mensch ganz natürlich, na was kann ich noch mehr tun, damit ich Heilung erfahre. Ja, du bist zu jedem Spezialisten gegangen und man hat dir alles erzählt. Also jedes Medikament, was man für das Beste gehalten hat, ja, Tuf geprüft. Du bist überall durch. Nur mit der Überraschung, dass die erwartete Heilung nicht eingetroffen ist, trotz Einnahme. Und wenn du ein Christ bist oder eine Christin, da führst du das zu einem anderen Niveau. Ja, also du bist wirklich bekannt bei all den Männern und Frauen Gottes und Propheten. Ja, also du hast wirklich jeden besucht, der für große Heiler in der christlichen Welt gehalten wird. Und dennoch bist du nicht verändert. Sondern du wirst gezwungen zu denken. Ja, dass vielleicht die Wunder, die du siehst, vielleicht ist es alles nur Attrappen, nur vorgespielt. Ja, da fängst du an zu denken, naja, die Leute, die berichten, Mensch, ich war mal geheilt, dass, naja, vielleicht wurden sie dafür bezahlt, um das zu erzählen. Also nichts erscheint dir mehr real. Und der Grund dafür ist die Botschaft, wodurch deine Gesinnung sich genähert hat über die Zeit. Und deshalb sprach Paulus in Philippa 3, Vers 8. Ja, wirklich, Dinge, wofür ich mal für wichtig gehalten habe, die halte ich nun für Verlust. Wie sind diese Dinge aus seinem Leben verschwunden? Also bevor ich euch das mitteile, wie diese Dinge aus seinem Leben verschwunden sind. Ich bin einer dieser Menschen, die schon da draußen war. Ich habe vieles getan, um Gott zu überzeugen, mich zu lieben. Ich habe vieles getan, um Gott zu überzeugen, durch mich zu wirken. Und ich kam zu einem Ort, wo ich dachte, wenn ich etwas nicht getan habe, dann kann Gott tatsächlich auch etwas tun. Da kam ich zu diesem Punkt, wo ich gedacht habe, wenn ich noch nichts getan habe, dann kann Gott tatsächlich auch nichts tun. Und das führt mich in eine Praxis, die nicht als Christophilie erklärt werden kann. Und das führte mich zu bestimmten Praktiken, die man noch nicht mal unter Christen erwähnen wagt. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, jedes Mal, wenn ich betete und ich sah keine Resultate, Dann wurde man uns erzählen, es gab etwas, was wir noch nicht getan haben, die Gottes Herz bewegt hat. Und die Größe dessen, was ich von Gott möchte, soll der Größe entsprechen von meiner Aussaat. Also, die Menschen, die uns folgende Sachen erzählt haben, ihre Definition von Saat war nicht nur so Mais oder Bohnen oder irgendwelche anderen Gemüse. Ja, also ihre Definition von Saat war immer Geld. Ja, also wenn Gott etwas, ich sag mal so, Außergewöhnliches in deinem Leben tun möchte, dann musst du unglaublich viel Geld geben. Doch ich möchte jemanden ermutigen, es gibt nichts, was du von Gott kaufen kannst. Denn deine Euros oder andere Währungen, die du hast, sie können von Gott nichts kaufen. Ja, also dieses Gesetzmäßigkeit hat dafür gesorgt, dass man Gott betrachtet und zwar ganz anders als das, was er wirklich ist. Und deswegen sagt uns Paulus hier, er hielt alles für Verlust und all diese Verluste sind aus seinem Leben verschwunden. Nämlich, wenn es darum geht, das zu vergleichen mit der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesus Christus, meines Herrn. Also, wenn du zu der Erkenntnis Christi kommst, nämlich als dein Herrn, es gibt wirklich unzählige Gewinne, unzählige Vorteile, die damit verbunden sind. Denn mit Christus ist nichts unmöglich. Denn Ärzte können versagen. Doch Christus hat keinen Bericht, hat keine Aufnahme des Versagens. Also, womit Christus auch immer sich beschäftigt hat, er war darin immer erfolgreich. Und deshalb, wenn wir erkennen, dass er sich in unserem Leben bewegt, sogar unser Körper, unser Körper nimmt eine ganz andere Gestalt. Unsere Gesinnung wird organisiert. Und wir wandern und zwar in den Faden, die er für uns wirklich vorbereitet hat. Nämlich, alles, was für mich vorher gelaufen war, ist nun unbedeutsam geworden. Es ist wirklich nur, ich sag mal so, Hundekot. Das alles habe ich entsorgt, zum Müll gebracht. Damit ich Christus aufnehme. Nun, das ist sehr wichtig. In dem Augenblick, wo jemand Christus aufnimmt, die Manifestation dessen, wovon man bisher hingeträumt hat, wird nun Wirklichkeit. Und im Vers 9 lese ich noch und dann fange ich mit unserem Thema an. Und in ihm gefunden werde, Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit, worin besteht, in bestimmten Richtlinien zu halten. Sondern die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit an Gott aufgrund des Glaubens. Also wenn wir nun Paulus Art und Weise des Schreibens anschauen. Also meine Absicht, diese Schrift zuerst zu lesen, ist folgt. Wenn jemand Christus aufnimmt, alles andere finden ihren Platz. Du magst ja viele Richtlinien, viele Methoden, aber auch viele Schlüsse aufgenommen haben. Doch die wirkliche Lösung ist die Aufnahme Christi. Wisst ihr, Heilung ist ein Teil von der Errettung. Doch die Gesinnung muss richtig programmiert werden, und zwar durch die Botschaft, die sie empfängt. So, dass man sich selbst erkennt. Nämlich auf die Art und Weise, wie man von Gott erkannt wird. Und diese Erkennung, so wie Gott, setzt automatisch die Heilung auf den Körper frei. Alles fängt mit der Botschaft an, die wir uns anhören. Alles fängt an mit dem, was wir aufnehmen. Ich bin zu der Feststellung gekommen, dass viele Menschen auf dieser Welt sind so bewusst von negativen Dingen, die auf der Welt geschehen. Don't be surprised that even where we are right now, there are people who might be conscious of the too much light around. Also wundert euch nicht, dass so wie wir hier sitzen, manche Leute machen sich Gedanken über die so viele Lichter, die um uns herum sind. Ja, also manche machen sich sogar die Vorstellung, na, die Lichter könnten unsere Augen blenden in den nächsten zehn Minuten. Oh, this light is too much, it can bring some cancer, maybe. Ja, also dieses Licht ist zu hell, das könnte ja bestimmte Krebsformen verursachen. Ja, das bedeutet, man ist nämlich dem Umfeld, was einem umherum ist, wirklich bewusst ist, und zwar so sehr. Ja, Hingabe ist richtig, aber die falsche Richtung. Wenn man dieses Bewusstsein auf Christus wirklich umrücken könnte, also dann erstaunt man, was man alltäglich erlebt mit Christus. Nämlich wo dein Leben, und zwar immer im Bewusstsein dessen, wer Christus ist, gesteuert ist. Sogar wenn du dein Leib Krankheit durchfährst, sondern die Gesinnung ist so bewusst, dass das, was der Leib durchmacht, über die Gesinnung umgesteuert wird. Wenn du Christus aufnimmst, dann wird Christus größer dargestellt, als die Probleme, die du durchmachst. Und so wie Christus bedeutsam in deiner Gesinnung ist, so wird die Probleme unbedeutsam. Und bevor du das erkennst, sind die Probleme nicht mehr vorhanden. Und das ist der Grund, warum, wenn wir irgendetwas erreichen möchten, da ist die Botschaft dabei sehr wichtig. Lass mich bitte mit Römerbrief 1, Vers 16 beginnen. Und ich habe nicht vergessen, dass die Bibelstelle für unser Thema, das ist 1. Petrus 1, 1. Petrus 2, Vers 24. Römerbrief 1, wir lesen für 16. This is what my Bible will read in the Amplified. It says, For I am not ashamed of the gospel that is the good news of Christ. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. It says, For it is God's power working unto salvation. Denn das Evangelium ist doch Gottes Kraft zur Errettung. So, ich möchte eine andere Übersetzung lesen, wie das hervorgehoben wird. It's news I am most proud to proclaim. Also das ist eine Nachricht, die ich ganz stolz zu programmieren mag. This extraordinary message of God's powerful plan. Nämlich diese außergewöhnliche Botschaft von Gottes kraftvollen Plan. To rescue everyone who trusts him. Nämlich jeden zu retten, der ihm vertraut. Starting with Jews and then they write on to everyone else. Angefangen mit den Juden und dann durch, also bis zu jeder Person hin. Und dann unser normaler King James will say, For I am not ashamed of the gospel of Christ. Dann sagt unser Elberförder, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. For it is the power of God unto salvation. Denn es ist doch die Kraft Gottes zur Errettung. To everyone that believes, Jews first and then to the Greek as well. Jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Now, key things here are two. Also hier sind zwei Schlüsselsachen. Paulus sagt, I am not ashamed of the gospel of Christ. Paulus sagt, des Evangeliums Christi schäme ich mich nicht. Something that cannot shame you is something you can fully trust. Also etwas, was dich nicht zu Schanden bringt, ist etwas, was du vollkommen vertrauen kannst. You cannot trust something, that can shame you. Also du kannst nichts vertrauen, was dich zu Schanden bringt. und Vertrauen heißt aufnehmen. Wenn deine Gesinnung das Wort Gottes aufnimmt, wenn deine Gesinnung das Evangelium Christi aufnimmt, Also es spielt keine Rolle, wer noch das predigt oder wer noch das hört. Also das kommt gar nicht in den Fokus. It may be a shameful thing for others, but it cannot be a shameful thing for you. Also andere mögen sich ja schämen des Evangeliums, doch du schämst dich des Evangeliums nicht. Manchmal, wenn Menschen heiraten, sie werden eine Menge Kommentare bekommen von denjenigen, die noch nicht mal ein Teil der Ehe sind. Like the husband might be asked, what made you choose that lady? Ja, also jemand macht mal Fragen, na du, jemand macht mal den Ehemann fragen, sag mal, warum hast du gerade diese Frau ausgewählt? You looked in the whole world and you could only zero down to this one? Also du hast die ganze Welt angeschaut, sogar dein Facebook und so weiter. Und du konntest nur diese Frau finden? Were you sober and in your senses? Also warst du wirklich in deiner Gesinnung klar oder warst du plem plem dabei? Doch der Ehemann, weil er der Ehefrau vertraut, die er bekommen hat. Trotz all dem, was man über sie gelästert haben, er wird ihr immer noch sagen, du bist meine liebende Ehefrau. Because he has chosen to embrace her as the wife of his choice. Ja, weil er sich nämlich wohlbewusst sie ausgesucht, nämlich als Ehefrau für sich. Ja, also umgekehrt gilt es auch, dass der Dame, also der Ehefrau, viele Fragen durchlöchert wird mit vielen Fragen. Also es gab in Afrika bestimmten, sag ich mal so, so ein Theater, den man gespielt hat. Und diesmal ging es so, dass es waren die Kinder, die der Mutter zur Rede gestellt haben. Und sie waren so, sie waren am Leiden und sie waren so arm, dass sie wirklich um alles gebettet haben. Und eines Tages kam das Mädchen nach Hause. Ja, so um die 13, 14 Jahre jung. An jenem Abend gab es nichts zu essen. Und dann fragte sie der Mutter eine Frage. Aber Mutter, hast du die reichen Männer wirklich nicht gesehen, dass du diesen armen Papa von uns geheiratet hast? Ja, also das hast du wohl wirklich mitbekommen, dass es gab ja andere, die guter Väter sein können für uns. Also, die Reaktion der Mutter war wie folgt. Es gibt etwas Besonderes über euer Vater, was einen reichen Mann nicht hat. Ja, der Grund ihrer Aussage ist, sie hat sich entschieden, nämlich den Ehemann aufzunehmen als den einzigen Ehemann in ihrem Leben. Wenn wir das Evangelium Christi aufnehmen als unserer einzigen Auswahl, Ja, also es spielt keine Rolle, ob du, ich sag mal, so ein Einzelkämpfer bist, was das Evangelium angeht, oder es gibt noch zehn andere, die mitglauben. Ja, also es geht nicht darum, wie viele Leute glauben mit, und zwar an dem, was ich glaube. Ja, was zählt, ist, aber glaubst du der Wahrheit? Und deswegen sagt Paulus, ich schäme mich nicht dieser außergewöhnlichen Botschaft, was wir das Evangelium Christi nennen. Er gibt uns eine zweite wichtige Sache. Er gibt uns eine zweite wichtige Sache. Dieses Evangelium Christi ist die Kraft Gottes. In meinen früheren Tagen des Christentums Also, ich habe nach der Kraft Gottes gesucht, überall, wo man mir erzählt hat. Also, jede Kirche, die die Türen aufmachen können, da bin ich reingegangen. Ja, ich bin zu jedem Berg gegangen, die auch einen Baum oben drauf hat. Ja, zu jedem Tal bin ich hingefahren, die ich finden konnte. Alles, wonach ich gejagt habe, war die Kraft Gottes. Ich bin so hingegeben und so fokussiert auf mein Ziel. Ich habe alles getan, was mir an Mitte zur Verfügung stand. Doch wonach sich mein Herz geschrien hat, habe ich nicht erlebt. Denn für mich war das so, ich dachte, bis ich etwas zu Genüge getan habe. Ja, erst dann kann mir Christus sich selbst offenbaren. So wie Paulus gesagt hat, wir halten all das für Müll. Wenn du zu der Erkenntnis Christi kommst. Aber genau das sagt uns Paulus hier. Für diejenigen, die nach der Kraft Gottes suchen. Nämlich die wahrhaftige Kraft Gottes ist das Evangelium Christi. Und er sagt, diese Kraft gilt der Errettung. Das bedeutet, wenn du auf der Suche nach der Kraft Gottes gewesen bist. Also das ist okay, wenn deine Gesinnung nämlich in das Evangelium Christi gewurzelt ist. Denn du kommst zu der Feststellung, dass die einzige Kraft, die Gott hat, ist in dem Evangelium, was er uns anvertraut hat. Stell dir vor, die ganze Kraft Gottes befindet sich im Evangelium Christi. Und genau das berichtet uns Paulus in Epheser 3, Vers 20, nämlich, dass die Kraft Gottes in uns am Wirken ist. Diese Kraft ist nicht außerhalb von uns am Wirken. Doch wir Menschen, was tun wir? wir suchen an der Kraft Gottes und zwar außerhalb von uns. Ja, du möchtest Heilung erleben, aber du suchst nach etwas außerhalb von dir. Doch der Drehpunkt deiner Heilung oder der Erfahrung deiner Heilung ist in dir schon. Und genau hierüber berichtet uns Kolosser 1, 26, 27, nämlich Christus in dir. Es ist sehr, sehr wichtig, also wir schauen uns mal zweiten Korintherbrief an, ganz kurz und dann wir schauen uns Kapitel 4 und Vers 5 sagen, in der Message Version, denn hier heißt es, denkt dran, unsere Botschaft geht nicht um uns, sondern wir verkündigen Jesus Christus den Meister. Denn hier heißt es in der Elberfelder, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. So wie wir die Herrschaft Christi predigen, alles, was sich in unserem Leben vergrößern möchte, beugen sich. Egal welchen Titel oder Namen sie haben, egal welchen Namen sie tragen, es gibt einen Herr der Herrscharen und einen König der Könige. Nämlich nach der Ernennung dieses Namens, alles andere finden sich ihr Niveau und zwar am Boden. sogar Dinge, die man Gebrechen oder Krankheit nennen würde. Deshalb ist es wirklich sehr, sehr wesentlich als Gemeinde zu erkennen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen die Schriften und das Wort Gottes. Also hier geht es nicht um wie viele Bibelstellen du aus der Bibel kennst. Es geht um die Erkenntnis des Wortes Gottes. Wenn du dich erinnern würdest und zwar in Johannes Evangelium 1 1 sagte die Bibel am Anfang war das Wort und dieses Wort war bei Gott und dieses Wort war Gott. Also es gibt keinen Bibelferst den man finden würde. Im Anfang gab es die Schrift und diese Schrift war bei Gott und diese Schrift war Gott. Sogar die deutsche Version macht so einen Fehler nicht. Und was sagt uns das? Nämlich es gibt den Unterschied zwischen den Schriften und dem Wort. Und deswegen als Jesus als Mensch auf Erden wanderte. Er erinnerte seinen Jüngern und all seinen Zuhörern. Nämlich dass alle Schriften berichten über mich. Also alle Schriften berichten über Christus. Also wer ist Christus? Also Johannes 1 Vers 14 berichtet das Wort wurde Fleisch und er wohnte unter uns und betrachten ihn als der Eingeborene des Vaters und er war voller Gnade und voller Wahrheit. So Jesus Christ ist der Manifest Gott für die Menschheit er ist der sichtbare Gott für die Menschheit er macht den unsichtbaren Gott sichtbar er bringt nämlich den unerscheinenden Gott nämlich für uns alle erscheinbar und deshalb Paulus sprach über ihn in Kolosser Brief 1 Vers 15 er ist das sichtbare Bild von dem unsichtbaren Gott wenn ich Jesus sehe wenn ich Christus sehe also dann sehe ich die Fülle von der Gottheit leibhaftig und wenn ich dieses Wort nochmal aufnehme und dieses Wort ist verkleidet im Menschsein denn alles was ich in Erscheinung sehen möchte werden meine Wirklichkeit sein also wenn du nicht so ein Studierender bist ich möchte die Unterschied zwischen der Bibli und der Worte Ich möchte dass du den Unterschied siehst zwischen den Schriften und dem Wort Gottes Die Schriften sind alles was wir in unserem Bibel vorgefunden vorgeschrieben bekommen Also viele von uns sind das erste Mal in Kontakt mit den Schriften gekommen als wir eine Bibel bekommen haben und dem Menschen gibt es eine bestimmte Denkweise dass Schriften können sich nur auf die Dinge beziehen die innerhalb der Bibel sind Temptation kommt weil unser erste Erlebnis mit dem Schrift kam in einer christlichen Gruppe oder Kreis doch die Schrift bedeutet alles Geschriebene manche die einfach Notizen machen das sind eure Schriften doch was wir in der Bibel haben sind heilige Schriften das sind heilige Schriftstücke warum sie wurden durch den Geist Gottes eingehaucht und auch zusammengestellt also was du hältst in deiner 66 Bücher ich kann nur sagen das sind wirklich Schriftstücke das sind die Schriften und ich sage euch und zwar mit aller Kühnheit die Schriften sind nicht das Wort Gottes und da brauche ich bitte eure Aufmerksamkeit und in Uganda habe ich Lehrer über christliche Bildung christliche Bildung und sie lehren Göttlichkeit in ihrer Schulen doch eines Tages war ich erstaunlich also einer der Religionslehrer der war sogar Moslem und sie konnte die Schriften zitieren sie konnte sogar die Schriften lernen und die Schüler haben die Prüfungen bestanden sie kannte die Schriften doch sie kannte nicht das Wort Gottes also was ist das Wort Gottes das Wort Gottes ist die Botschaft die diese Schriften uns übertragen wenn man die Schriften kennt ohne die Botschaft zu entdecken die sie tragen dann kann das Leben einer Person nicht verändert werden und viele von uns haben wunderbare Professoren nämlich der geistliche Lehre die noch nie ihren Glauben ihren Vertrauen an Christus gesetzt haben ja also sie haben Titel hinter ihrem Namen das kannst du gar nicht zulesen nämlich dass sie Doktoren und dass sie Professoren sind sie haben die Schriften richtig bekommen doch die Botschaft der Schriften haben sie verpasst und deshalb wenn du durch Krankheit herausgefordert bist du brauchst nicht 100 Bibeln die du auf dir legen kannst damit du Heilung erlebst was du zur Heilung brauchst ist die Botschaft was diese Schriften in sich beinhalten und wenn du diese Botschaft aufnimmst das beeinflusst dein Leben für immer und deshalb werden manche von uns das ja noch erkennen nämlich in unserem früheren Wandel als Christen also wir waren Menschen die im Worte Gottes noch nicht mal so ausgebildet so ausgerüstet sind doch das bisschen nämlich dass Jesus rettet und heilt also sie sind noch nicht mal zu irgendwelchen theologischen training gegangen doch diese kleine Botschaft die sie rausgefischt haben aus den Schriften dass Jesus rettet und heilt das war ausreichend um Leben in uns zu entfachen also es ging nicht um die Schriften es ging über die Botschaft die die Schriften in sich tragen das ganze Gesetz der Bibel hat nur eine Botschaft die Bibel hat nicht viele Botschaft von Genesis Revelation die Botschaft ist eins und diese Botschaft ist Christus und deshalb sagte Paulus wir predigen Christus wenn wir Christus predigen und Menschen nehmen diese Botschaft Christi auf diese Botschaft beeinflusst ihr Leben und ihre Leiber die auseinander gefallen sind werden wieder hergestellt und ihre Gesinnung die gestresst durch Stress ausgedehnt und zugedehnt wird wieder Frieden finden und deshalb wenn ein Mensch eine Begegnung mit dem Wort Christi erfährt also das was für dich gezählt hat zählt nicht mehr also das was dich immer gestört hat stört dich nicht mehr also das was vorher als Sorge war kümmert dich nicht mehr und wie geschieht das indem man erstmal erkennt aber auch aufnimmt und zwar die Botschaft die Christus ist das ist sehr sehr wichtig dass wir anerkennen dass wann auch immer wir über die Botschaft die Christus ist sprechen Paulus erinnert uns in 1. Korinther 15 nämlich ich habe euch überliefert was ich zuerst empfangen habe nämlich wie Jesus für all unsere Sünden gestorben ist und am dritten Tag wurde er auferweckt und wenn man zu Vers 14 hinschaut er sagt wenn man nicht aufnimmt und nicht anerkennt dass Jesus aus den Toten auferweckt wurde unser Glaube ist nichtig und unser Predigen für den Müll unser Glaube ruht also auf die Auferstehung Jesu Christi Gott ist auferstanden ist nun können wir in alle Größen hin wandern die wir uns je vorstellen Also wenn deine Gesinnung nicht erfassen kann, dass er auferstanden ist. Ich möchte dir jetzt versichern, du hast noch nicht die Botschaft geglaubt. Also du kannst nur gewiss sein, dass unser Predigen kann nur als Gefäß Wasser beinhalten. Wenn wir nur anerkennen würden, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Und seine Auferstehung aus den Toten ist der Beweis, dass es mit ihm nichts unmöglich ist. Sogar der Tod beugte sich vor ihm. Also wenn der Tod sich beugen kann, was soll dann Gebrechen in deinem Leib tun? Ich möchte, dass du dir Folgendes vorstellst. Nämlich gerade von dem ersten Augenblick, als Gott den Menschen bildete aus dem Staube des Erdbodens. Stell dir vor, jemand macht den Staub des Erdbodens zusammen. Und später hauchte er diese Gestalt den Atem ein. Und das, was vorher nur Staub war, wurde eine lebende Seele. Also wenn Gott Staub Leben schenken kann, kann er nicht den Körper heilen? Heilen den Körper und Leben zu Erdbodens, was größer ist. Also den Körper zu heilen oder Staub Leben einzuhauchen. Welche ist größer? Also wenn er diese Gestalt Leben schenken kann, dann kann er den Körper auch heilen. Also dein Vertrauen kann niemals auf die Ärzte sein, sondern du wirst enttäuscht sein. Dein Vertrauen kann nur auf Jesus Christus ruhen. Und wenn du in der Lage bist, dich auf ihn zu fokussieren, nämlich als Glieder des Neuen Testamentischen Gemeindes, Es ist wirklich wichtig, dass wir die wahre Definition dessen kennen, was wir glauben. Wenn es um Glauben geht. Also was wir Glauben für einen Christen nennen, nämlich ist dein konstanter Fokus auf Christus. Wenn du dich fokussierst auf Christus, dann bist du im Glauben. Also das ist so einfach, du brauchst wirklich Hilfe, das zu verpassen. So, ich möchte das in einem natürlichen Beispiel darstellen. Also die Wissenschaftler berichten uns, nämlich, dass der Mond Licht aus der Sonne gewinnt. Und was ist die wunderbare Arbeit des Mondes? Ja, die Arbeit des Mondes ist nur, sich bloß vor der Sonne zu stellen. Und wir nennen die Sonne Jesus. Und in dem Augenblick, wo du dich vor dem Sohn Jesus hältst, und du schließt um, und zwar du nimmst auf Jesus Christus, Das, was wahr ist in Christus, wird in deinem Leben gespiegelt. Jesus ist nicht mit einer Krankheit jetzt. Denn Jesus leidet nicht an irgendwelchen Krankheiten, hier und jetzt. Jesus leidet von gar nichts. Das ist der Grund, wenn du dich auf ihn fokussierst, wird nun deine Heiligkeit. Also hört auf, dein Gebrechen aufzusuchen. Und fang an, nach deiner Heilung zu schauen, denn du bist schon geheilt. Wenn deine Gesinnung wirklich sich niederlässt, darin, dass du Christus in dir hast, Einfach nur diese Erkenntnis, dass Christus in dir ist. Und deine Gesinnung erfasst diese Wahrheit. Denn jede Sekunde bist du voller Hoffnung deiner Wiederherstellung. Und das geschieht ohne Mühe. Und deshalb brauchen wir Christus aufzunehmen. Und dann sehen wir, dann erleben wir die Heilung, wonach wir schauen. Und deswegen, wenn wir Petrus einschauen, Petrus hat es wie folgt zum Ausdruck gebracht. Ja, wir lesen mal kurz. 1. Petrus 2, Vers 24. Denn unsere Sünden hat er an seinem Leib, nämlich an das Holz hinaufgetragen. On the tree as the altar and offered himself in that we might die Go ahead. Sees to exist, to sin and to live to righteousness by his wounds you have been healed. Damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Now, if you look at the message, it will point it out like this. In einer anderen Version heißt es wie folgt. He used his servant body to carry our sins to the cross. also seinen verletzten Körper verwendete er, um unsere Sünden am Kreuz zu nagen. So that we could get rid of sin damit wir die Sünden los sind. Nämlich, wir sind frei auf richtige Art und Weise zu leben. And the last part is my interest. His wounds became your healing. Nämlich, seine Wunden wurden zu deiner Heilung. Now, when you look at all these people, they are not saying that there is a possibility of not being healed. when man all diese Menschen anschaut, sie sagen nicht, dass es die Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie nicht geheilt werden. Sondern sie bestätigen, dass unsere Heilung sicher ist. Es ist nicht nur ein bloßes mögliches Resultat. Your healing is not a probability platform. Deine Heilung steht nicht auf einer 50-50 Waage. Ja, also wenn die Waage so kippt, dann geschieht es. Wenn es so kippt, dann nicht. Wenn du 2. Korinther Brief 1 Vers 20 anschaust, da heißt es, alle Verheißungen fanden ihre Erfüllung in Christus Jesus. Wenn Gott verheißt, sein Wort auszusenden, nämlich unsere Gebrechen zu heilen, die gute Nachricht heißt wie folgt, er sandte sein Wort Jesus und in ihm unsere Leiber erfahren ihre Heilung. und wenn wir nun anerkennen, dass der Gesandte Christus für uns alles und in allem ist, dann können wir die Wirklichkeiten Christi erfahren. So, ich möchte nun schließen mit einem kleinen Zeugnis aus meinem persönlichen Leben. Also, ich hoffe, in den nächsten Tagen werde ich euch Zeugnisse über mein Leben geben. Ja, also so wie ich geleitet bin, werde ich über andere reden, ansonsten erstmal über mich, was die Heilung angeht. Worüber ich jetzt berichte, ist nicht nur für mich eine Offenbarung, sondern auch eine Erfahrung. Also, jemand, der vor euch steht, der wäre schon längst tot. Also, wenn wir wirklich diese Person, und zwar nach den menschlichen normalen Umständen betrachten würden. Doch der Grund, warum ich mit euch dieses kurzes Zeugnis teilen möchte, ist, um eure Gesinnung zu einem Punkt des Verständnisses zu bringen, zu tun. Nämlich, damit dein Leib Heilung erfährt, brauchst du nichts zu tun. Tatsächlich, wenn du irgendwas tun musstest für deine Heilung, dieses brauchst du gar nicht. Nämlich, alles was du im eigenen Regie bewirken und tun kann, wird nicht dafür sorgen, dass du göttliche Heilung erfährst. Und deswegen, als Jesus gefragt hat, was sind die Werke Gottes? Nämlich, die Werke Gottes sind, wirklich an denjenigen, an den Gesandten zu glauben. Und das ist nicht nur für die Heilung wahr, sondern für alles in unserem Leben ist es wahr. Als ich zur Welt kam, also man hat mir berichtet, dass ich ein so kränklicher Junge war. Und meine Eltern haben sehr viel gelitten, um mich groß zu ziehen. Und also so Ehre gebührt dem Herrn. Als ich denn herangewachsen bin, bin ich etwas stabiler geworden und dennoch anfällig. Doch als ich nun angefangen habe zu kapieren als gewöhnlicher Mensch, also ich habe immer Bauchschmerzen gehabt. und die Ärzte haben über meinen Darm gesprochen, also auf bestimmte Art und Weise, die nicht so schön sind. Also sie haben verschiedene Krankheiten des Darmes genannt und so weiter. Also von den Ersten habe ich nichts Gutes berichtet bekommen. Also alle Berichte, die ich bis dahin bekommen habe, waren wirklich alarmierend. Also so wie ich heranwuchs, wuchs die Situation viel schlimmer. Und in der Oberschule habe ich wirklich den höchsten Punkt erlebt. Und bis dahin war schon über 14 Jahre des größten Leidens. Ich komme zum Punkt Also damit ich wirklich ein bisschen schmerzfrei sein kann im Bauch. Ich brauche immer zwei Menschen, die mir helfen. Also sie binden mich mit einem Stoff um den Bauch Bereich rum. Also ich könnte jemand zu meinem rechten fahren und jemand anders kommt zu meinem linken und dann stellen sie einfach mal ihren Fuß auf meine Hüften sozusagen und dann fangen sie an zu ziehen und zwar mit aller Kraft die sie haben also umso mehr sie wirklich ziehen und meinen Bauch ein bisschen eng also fest ein eng und so konnte ich nur so eine Art schmerzfreie Momente erleben Es war so schlimm ich konnte nicht sitzen ich konnte nicht liegen konnte nichts tun genau ich habe es einfach nur verkürzt und eines Tages wo ich in der Schule war wo ich Bauchschmerzen habe musste ich wieder nach Hause und man brachte mich ins Krankenhaus nachdem ich zu Hause angekommen bin und durch die Gnade Gottes habe ich viele gute Ärzte die mir helfen wollen und einer unserer Familienfreunde der auch ein anerkannter Arzt in Südafrika war und der war wirklich ein Spezialist in solchen Sachen die mich gequält hat und man hat dafür gesorgt dass dieser junge Mensch nach Uganda einreist als ich im Krankenhaus war so wie man mich hingelegt hat ich war wirklich umringt mit zehn Ärzten also man könnte denken in den nächsten Sekunden stirbt Gerard meine Mutter war sehr emotional also sie hat sehr viel geweint bis sie irgendwann mal nicht mehr weinen konnte als diese zehn Ärzte um mich herum waren der Spezialist ist eingetreten also die erste Person die man raus gebeten hat war meine Mutter in Afrika wenn man dich bittet raus zu gehen und du bist die pflegende Person des Kranken dann weißt so okay da passiert was schlimm also da fängt man an um die Beerdigung zu kümmern weil die Situation außer Hand geraten ist und als meine Mutter raus ging da ging die Fragerei unter den Ärzten los man hat mich gefragt ob ich Drogen benutze oder missbrauche und alles also alle Fragen wurden mit nein beantwortet die ganzen Berichte sagten zwar negativ aber ich war immer noch am sterben und dieser Spezialist schickte die ganzen Ärzte reihenweise raus also da ist nur noch ich und er geblieben und da stellt er mir ein paar Fragen also bis heute kann ich mich an zwei Fragen erinnern die erste Frage lautet kennst du Gott da sagte ja über den habe ich immer gehört also ich war kein hingegebener christ ich war so religiös in meinem denken ich kennte nicht die Botschaft der Schriften doch das hat Gott nicht gehalten das zu tun was er tun wollte ja und nachdem er das gefragt hat sagt okay wir haben zwar alles unternommen um dir zu helfen aber nach menschlichen möglichkeiten kann ich dir nicht helfen also deine situation kann nur durch Gott behandelt werden wenn Gott zulässt dass du lebst dann lebst du und wenn er dich nicht leben lässt dann bist du weg ja doch als Ärzte können wir nichts mehr für dich tun und doch ich wurde hier eingeflogen und zwar zu einem bestimmten Zweck und jetzt bitte ich dich dass du mir einen Gefallen tust ja also ich werde bestimmte ich sag mal so Behandlungsmöglichkeiten und zwar mit einem schwierigen Namen um das zu verbergen aufschreiben und ich gebe dir nur sechs Tabletten doch diese sechs Tabletten wenn du sie ein nimmst und du nimmst sie ein also sie werden nichts anderes tun also die sind weder nutzbar noch harmlos also weder harmlos noch nutzbar also sie können dir nicht helfen aber die können dir auch nicht schaden doch ich suche nur nach einem bericht und zwar zu demjenigen der mich gesandt hat also wenn ich dort ankomme werde ich sagen ich habe dir etwas wirklich aufgeschrieben an Medikament doch das ist zwischen dir und mir alles was ich hier aufgeschrieben habe sie werden dir nicht helfen ob du sie nimmst oder nicht doch wenn du Gott kennst kannst du mit Gott sprechen und so wurde ich zurück nach Hause im Schmerzen also der Schmerz wurde schmerzvoller warum weil ich das Gefühl habe der Todestag nähert sich doch inmitten der Nacht es gab so eine Art kalter Luftzug im Raum ich bin wirklich ehrlich ich habe nicht gebetet denn damals wusste ich nicht dass man für Heilung betet und nachdem ich kalter Luftzug innerhalb meines Zimmers gespürt habe und ich hörte nur wie eine Stimme zu mir sprach Gerald du bist geheilt also trotz aller Unkenntnis habe ich sogar gewusst das kann nur Gott der zu mir spricht Heil Nämlich ab diesem Augenblick an spürte ich gar keine Schmerzen mehr im Bauch Bereich bis heute habe ich diesen Schmerz nie wieder bekommen Doch die Situation war so schlimm Nämlich nachdem all meine Schmerzen weg waren ich konnte mich nicht aufrecht stellen Ja denn mein Körper war nur darauf nämlich gewöhnt dass ich gebeugt bin und zwar fast 90 Grad und zwar ein Jahr lang und das brauchte für mich sechs Monate bis zu einem Jahr dass ich mich aufrecht wieder hinstellen konnte Also warum habe ich euch dies erzählt Ich um euch zu zeigen dass Gott ein liebender Vater ist Gott wartet nicht bis wir unsere Bedürfnisse an ihn weit tragen Denn er wird seine Güte und seine Liebe uns gegenüber zum Ausdruck bringen sogar bevor wir darum bitten wenn Jesus als Jesus mich heilte ich war so überzeugt dass es ist mit Sicherheit nur Gott der diese Rolle in meinem Leben gespielt hat und da gelobe ich dem Evangelium mein Leben lang zu verkünden also ich werde mit euch weitere Zeugnisse teilen doch das ist der Anfang meiner Reise und so wie ich nun zum Dienst hineinkomme also da fing ich mit einer Erfahrung an wofür ich nicht gefastet habe wofür ich keine Saat ausgesät habe ich habe nicht dafür gebetet ja ich tat nicht doch ich habe Nutzen daraus gewonnen und zwar aus dem was Christus den Auferstanden getan hat also disqualifiziere deine Seele nicht von deiner Heilung denn wir sind alle qualifiziert von Gott zu empfangen keiner ist disqualifiziert von Gott zu empfangen wenn du deine Gesinnung nur auf die richtige Botschaft stellen würdest dann erfährst du genau dieses es ist so einfach wie das Umschalten eines Schalters und deshalb wenn du hier bist heute Nacht und dein Leib dein Körper stört dich und zwar seit etlicher Zeit ich habe nicht nur gesehen dass Gott mich und zwar etliche Male geheilt hat sondern ich habe es erlebt dass viele Menschen vor meinen Augen geheilt sind ich habe gesehen wie Blinde sehen konnten ich konnte sehen wie Taube wieder hören konnten also ich habe wirklich viele also viele Wunder erlebt und es gibt nichts was du dafür tun brauchst alles was du tun brauchst ist Jesus zu danken für deine Heilung so wie dein Herz Christus umschließt und jede Schmerz verlässt dich heute nacht das verlässt dich nicht erst morgen sondern sie verlassen dich heute nacht und jeder der Schmerz im Leib hat bitte die Hand auf diesen Schmerzpunkt legen und wir beten gemeinsam auch wenn jemand nicht hier anwesend ist aber du weißt diese Person ist durch Krankheit herausgefordert du kannst Heilung zu ihren Leibern sprechen und es geht ihnen gut Vater wir danken dir für Jesus wir danken dir für seine Wunden und das ist die gewisse Sicherheit unserer Heilung Vater wir danken dir für die Geschwister in diesem Saal Vater du möchtest und es ist dein Wille dass wir alle im Wohler gehen in unserem Leibern und in unserem Dasein leben Wir danken dir dass jeder und jeden die hier wirklich mit Krankheit hineingetreten sind sie verlassen hier wieder gesund in den Namen Jesu Ich spreche zu jedem Schmerzen in den Armen und Schmerzen in den Schultern Schmerzen in der Hüfte Schmerzen im Bauch Bereich Schmerzen im Kopf Augen die Schmerzen Vater wir erklären dass alle Schmerzen rausgehen aus den Leibern in den Namen Jesu jeder Körper funktioniert normal in den Namen Jesu Herr Jesus hab Dank und nun fang an dich zu prüfen und versuche das zu tun was du vorher nicht tun konntest die Heilungskraft Jesu manifestiert sich in deinem Leib und zwar zu jedem Gewebe deines Leibes In the name of Jesus. Father, we thank you for your holiness. That it is reflected in our bodies. And it is reflected in our bodies. In the name of Jesus. Every feet is made well. Father, every ankle is made well. Father, every neck is made well. Jeder Hals is gesund. All the heaviness in the chest is lifted up. All the schweren im Brustbereich ist eroben. And it is lifted from your shoulders. Es ist von deinen Schultern weggenommen. You are made well in the name of Jesus. You are made well in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every report of the doctor. Father, every report of the doctor. He is reversed in Jesus' name. He is reversed in the name of Jesus. And I declare a new report about your body. And I declare a new report about your body. That your body is healthy and well in the name of Jesus. Dein Leib is healthy and well in the name of Jesus. Your eyes are well and seen right in the name of Jesus. And every symptom. Even if it was a rush, we clear it from your body in the name of Jesus. And even if it was a rush, we clear it from your body in the name of Jesus. Und wenn es nur irgendwelche Hautirritationen sind, die sind raus in den Namen Jesu. Every virus is dying from the root in the name of Jesus. Jeglicher Virus stirbt von der Wurzel ab in den Namen Jesu. ich spreche Wiederherstellung zu unseren Körpern. Also Wiederherstellung zu jedem Gebrechen, zu jeder Krankheit. In den Namen Jesu. Hab Dank, Vater, dass du so ein liebender Vater bist. Wir danken dir für den Fluss, für den Strom der Heilung. Jetzt und für immer. Wir erklären, dass wir gesund sind und wohl auf in den Namen Jesu. Amen. Du und ich wurden erwählt in Christus. Und dementsprechend bevor wir auf dieser Welt erscheinen, die Wirklichkeit unseres wahren Daseins war schon zur Verfügung. Also das Leben ist nicht erschienen, um den Tod zu verschlingen. Nämlich bevor es überhaupt den Tod gab, existierte schon das Leben. Amen. Amen. Also vor Krankheit gab es schon Heilung. Also wir sind nicht hier versammelt, um zu kämpfen und zu ringen über etwas, was wir denken, ist nicht da. Und deswegen brauchst du dich zu entspannen. Amen. Don't look at your sickness. It is temporal. Also schau nicht auf die Krankheit, noch nicht mal deine Krankheit, denn warum? Es ist zeitlich. Amen. Look at that which is eternal. Sondern schaue bitte auf den Ewigen. Before anything that you are experienced in this world, that which is eternal was always there. Denn bevor überhaupt erschienen ist, nämlich das, was du auf dieser Welt, auf dieser zeitlichen Welt erlebst, gab es schon den Ewigen. Amen. Amen. So we want to experience freedom. und wir möchten Freiheit erleben. And freedom is in the spirit. Freiheit jedoch gibt es im Geist. Amen. 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 So what does that tell us? Was sagt uns das? It tells us that that which appears that which we can see with our five senses das was wir wahrnehmen können mit unseren fünf Sinnen kamt und zwar stammt aus unserer fleischlichen Gesinnung. Amen. Doch es gibt die Gesinnung Christi, die Gott jedem, also womit Gott jeden von uns ausgestattet hat. damit wir das wahrnehmen, was aus dem Geiste hervorgekommen ist. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Und so we want to develop ourselves, we want to grow in our Christ consciousness. Und deshalb möchten wir uns entwickeln. Wir möchten in unserem Christi-Bewusstsein heranwachsen. Wisst ihr, der Geist Gottes, es ist seine Natur, nämlich sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Der Geist möchte sich selbst ausdrücken. Und dafür braucht er dich und mich, nämlich mit ihm übereinzustimmen. Damit er greifbar ist. Nämlich zu dieser sichtbaren Welt, Welt der Sinne. Amen. Also die heilenden Eigenschaften Gottes ist geistlich, ist göttlich. Denn wenn wir über den Geist sprechen, wir sprechen über die Allmächtigkeit Gottes. Ich möchte, dass du hierüber nachdenkst, dass Gott allmächtig ist. Gott ist Geist. Also Gott ist hier anwesend. Er ist allmächtig. Wenn er allmächtig ist und wenn wir allmächtig wirklich begreifen, dann heißt es neben ihm gibt es nichts, was Kraft hat. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Es ist wichtig, dass wir Gott besinnen. Also wir können Gott nicht kräftigerer machen, als er schon ist. Aber wir können verwirklichen, wir können hineintauchen in das Bewusstsein in seiner Allmächtigkeit. Er ist immer allmächtig. Er ist immer allwissend und allkennend. Er kennt alles. Es gibt nichts, was er nicht kennt. Amen. Amen. also wir können ihn nicht wie einen Boten irgendwo hinschicken. Denn warum? Er ist allgegenwärtig. also wo der Geist Gottes ist, dort herrscht Freiheit. Also du brauchst Befreiung heute Nacht, damit du wirklich für dich erkennst, es gibt nur eine Kraft. und neben dieser Kraft, also was scheinbar kraftvoll ist, ist eine, ich sage es in meinen Worten, ein Vater Morgana. Das ist eine Lüge. Halleluja. Amen. Also heute sind wir da, damit wir zu dieser Wirklichkeit hineinkommen. Und deshalb real. Echt, ich würde wirklich gerne, dass wir alle, also wenn du nicht kannst, also wenn du könntest, also höre bitte hin. und lass jedes Wort wirklich durchdringt, und zwar jede Zelle, jedes Gewebe, und zwar jedes Organ deines Leibes. Also wir sorgen dafür, dass diese Botschaften aufgenommen werden. Die Wissen, die du möchtest, zu wissen, über die Heilung, kannst du sie später hören. Aber jetzt so, das Wort kommt, lasst es auf deinen Geist, deinem Körper und deinem Seel. und die Weisheit aus diesen Worten kannst du später des Öfteren hören. Doch so wie du hier Platz nimmst, lass zu, dass wirklich die Heilungseigenschaften des Wortes aus dem Geiste die Seele durchdringt und auch sich manifestiert im Körper. Danke Herr Jesus. Bitte erhebe deine Hand. Ich möchte, dass du dieses Gebet mit mir leistest. Schaue auf Jesus hin. wahrhaftiges Gebet heißt, du realisierst deine Einheit mit ihm. Für dich, was ist Gott? Ich möchte, dass du deine eigene Theologie anschaust, deine eigene Erkenntnis, Gottes. Was du von Gott siehst und stimme ihm zu. Komme an diesem Ort der Einheit. Also wonach du ihn betrachtest und wofür du ihn hältst. Aber genau so sieht er dich. und er möchte, dass du dich selbst aus seinem Gesicht betrachtest. Vater, wir danken dir. Denn dort, wo der Geist des Herrn ist, dort gibt es Freiheit. Wir danken dir, wir danken dir, Vater, in Jesus' kostbaren Namen. Amen. Amen. Thank you, Lord. Danke, Herr. So, wie wir unser Geist öffnen, I want to call my brother, Pastor Gerard Walusimbi to take over. Ich rufe meinen Bruder, Pastor Gerard Walusimbi to Ibanim. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Wow, I praise Christ for real being here this wonderful evening. Christus sei gepriesen für die Möglichkeit hier zu sein in diesem wunderbaren Abend. Ich möchte das Privileg nehmen, Pastor David und Pastor Stephan zu danken, dass sie wirklich immer auf mich zählen, als guter Bruder, als ein guter Freund. ich bin wirklich geehrt, um euch, also dich und deine Familie zu kennen. Und ich möchte der ganzen Gemeinde danken, dass sie mich wirklich empfangen heute. und es ist wirklich ein Privileg zu erkennen, dass es Brüder und Schwestern überall auf der Welt gibt. Also gemäß unseres Themas es geht um göttliche Heilung. Dann gibt es bestimmte Dinge, sie wirklich als Schlüsse und auch als wichtig gelten. Also wer auch immer wirklich greifbare Heilung im Leibe erleben möchte. Ich kann meine früheren Tage im Christentum erinnern und ich habe viele Menschen aber auch viele Lehren gefolgt. Doch in vielen Fällen wenn ich diese Lehren gehört habe habe ich verschiedene Schlüsse bekommen. Manchmal sind es fünf Schlüsse zur Heilung. Also manchmal sind es 13 Schlüsse zur Heilung. Also dann wundert man sich naja welchen Schlüsse schließt mir die Heilung auf. Und dementsprechend gibt es so viele Schlüsse dass man wirklich Mühe braucht den richtigen Schlüsse zu suchen damit man Heilung aufschließt. Und in Afrika zurückzublicken jeder möchte gesund sein. Sogar hier möchte jeder gesund sein. Also neben den Schlüsse zur Heilung gibt es auch die Schlüsse zum Wohlstand. Dann gibt es noch Schlüsse zum Durchbruch. Ja da frage ich mich eines Tages naja wodurch möchten wir gerne brechen überhaupt. Denn ganz ehrlich es sind nur Diebe die irgendwo durchbrechen und einbrechen. Ja denn wenn du irgendwo durchbrechen möchtest dann heißt es du bist dort wo du bist gar nicht zufrieden. Und tatsächlich brauchst du glauben um in Christus durchzubrechen weil du schon in Christus bist. Eine Sache die mich dazu bewegt hat so anzufangen ist wenn wir gemeinsam bitte Philippa Brief Kapitel 3 aufschlagen und wir schauen uns da ein paar Verse und dann steigen wir in das Thema hinein. Philippa 3 und ich fange mit Vers 7 an. Aber was auch immer mir Gewinn war das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Also eine andere Bibelversion hat es wie folgt die Kriterien die bestimmten Voraussetzungen die manche Leute um sich werfen als was Besonderes Ich teere und mit dem Trash zusammen mit allem was ich für Kredit zu nehmen Und all diese Kriterien und all diese Dinge die man sich gerühmt hat die zerreiße ich alle und entsorge sie mit dem Müll und all das wofür ich selber den Lob einkassiert habe Und da stellt sich die Frage und warum und die Antwort lautet Christus wegen Das heißt wenn du Christus kennenlernst also bestimmte Dinge die man vorher vergrößert hat die man in Hoch Achtung gehalten hat Dinge die man wert geschätzt hat Doch all diese Dinge haben dir ich sage es in meinen Worten eine verkorkste Gesinnung eine verkorkste Denkweise über deine Identität die Herausforderung der Gemeinde heute ist nicht Heilung Wohlstand und paar andere Dinge unsere Herausforderung heute ist zu erkennen wer wir sind in Christus Es ist nicht schwierig für einen Hund zu bellen denn warum es kommt mit dem Hund sein dass man bellt und deshalb ist es nicht schwierig für ein Kind Gottes in Gesundheit zu wandeln denn wenn deine Gesinnung nämlich wer du bist wahrnehmen würde denn Heilung ist etwas was nämlich mühelos geschieht doch warum ist Heilung nun für manche Leute ein Ringen ein Kampf der Grund ist ganz einfach unsere Gesinnung ist so voll bepackt mit vielen Informationen die für uns eigentlich nutzlos sind es ist praktisch natürlich für jeden Menschen wir haben immer dieses Gefühl es gibt kein Gewinn ohne Schmerzen wir haben immer dieses Gefühl es gibt nichts was man erzielen kann ohne dass man etwas dafür tut also natürlich haben wir uns programmiert nämlich damit wir überhaupt irgendwelche Resultate in unserem Leben erfahren als erstes gibt es etwas besonderes von anderen Leuten die wir schon mal getan haben müssen und das ist erstaunlich im Gottes Herz hinein zu schauen nämlich im Herzen Gottes gibt es das totale Gegenteil dessen was ich gerade gesagt habe und deshalb wenn es zu Umstände kommt und zwar wo die Menschen Krankheit erleben und da schaut der Mensch ganz natürlich na was kann ich noch mehr tun damit ich Heilung erfahre du bist zu jedem Spezialisten gegangen und man hat dir alles erzählt also jedes Medikament was man für das Beste gehalten hat du bist überall durch nur mit der Überraschung dass die erwartete Heilung nicht eingetroffen ist trotz Einnahme und wenn du ein Christ bist oder eine Christin da führst du das zu einem anderen Niveau also du bist wirklich bekannt bei all die Männer und Frauen Gottes und Propheten also du hast wirklich jeden besucht der für große Heiler in der christlichen Welt gehalten wird und dennoch bist du nicht verändert sondern du wirst gezwungen zu denken dass vielleicht die Wunder die du siehst vielleicht ist es alles nur Attrappen vorgespielt ja da fängst du an zu denken naja die Leute die berichten Mensch ich war mal geheilt dass naja vielleicht wurden sie dafür bezahlt um das zu erzählen also nichts erscheint dir mehr real der Grund dafür ist die Botschaft wodurch deine Gesinnung sich genährt hat über die Zeit und deshalb sprach Paulus in Philippa 3 4 8 ja wirklich Dinge wofür ich mal für wichtig gehalten habe die sind die halte ich nun für Verlust wie sind diese Dinge aus seinem Leben verschwunden also bevor ich euch das mitteile wie diese Dinge aus seinem Leben verschwunden sind ich bin einer dieser Menschen die schon da draußen war ich habe vieles getan um Gott zu überzeugen mich zu lieben ich habe vieles getan um Gott zu überzeugen durch mich zu wirken da kam ich zu diesem Punkt wo ich gedacht habe wenn ich noch nicht getan habe dann kann Gott tatsächlich auch nichts tun und das führte mich zu bestimmten Praktiken die man noch nicht mal unter Christen erwähnen war ich kann mich erinnern vor vielen Jahren jedes Mal wenn ich betete und ich sah keine Resultate dann wurde man uns erzählen es gab etwas was wir noch nicht getan haben die Gottes herz bewegt hat und nämlich die Größe dessen was ich von Gott möchte soll der Größe entsprechen von meiner Aussaat also die Menschen die uns folgende Sachen erzählt haben ihre Definition von Saat war nicht nur Mais oder Bohnen oder irgendwelche anderen Gemüse Ja also ihre Definition von Saat war immer Geld Ja also wenn Gott etwas ich sag mal so außergewöhnliches in deinem Leben tun möchte dann musst du unglaublich viel Geld geben Doch ich möchte jemanden ermutigen es gibt nichts was du von Gott kaufen kannst Denn dein Euros oder andere Währungen die du hast sie können von Gott nichts kaufen Also dieses Gesetzmäßigkeit hat dafür gesorgt dass man Gott betrachtet und zwar ganz anders als das was er wirklich ist und deswegen sagt uns Paulus hier er hielt alles für Verlust und all diese Verluste sind aus seinem Leben verschwunden Nämlich Nämlich wenn es darum geht das zu vergleichen mit der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesus Christus meines Herrn Also wenn du zu der Erkenntnis Christi kommst Nämlich als dein Herrn Es gibt wirklich unzählige Gewinne unzählige Vorteile die damit verbunden sind Denn mit Christus ist nichts unmöglich Denn Ärzte können versagen Doch Christus hat keinen Bericht hat keine Aufnahme des Versagens Also womit Christus auch immer sich beschäftigt hat er war darin immer erfolgreich Und deshalb wenn wir erkennen dass er sich in unserem Leben bewegt Sogar unser Körper nimmt eine ganz andere Gestalt Unsere Gesinnung wird organisiert Und wir wandern und zwar in den Faden die er für uns wirklich vorbereitet hat Nämlich alles was für mich vorher gelaufen war ist nun unbedeutsam geworden Es ist wirklich nur Hunde Coat Das alles habe ich entsorgt zum Müll gebracht Damit ich Christus aufnehme Nun das ist sehr wichtig In dem Augenblick wo jemand Christus aufnimmt Die Manifestation dessen wovon man bisher hingeträumt hat wird nun Wirklichkeit Und Vers 9 lese ich noch und dann fange ich mit unserem Thema und in ihm gefunden werde Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit worin besteht in bestimmten Richtlinien zu halten Sondern die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus Die Gerechtigkeit an Gott aufgrund des Glaubens Also wenn wir nun Paulus Art und Weise des Schreibens anschauen Also meine Absicht diese Schrift zuerst zu lesen ist folgt Wenn jemand Christus aufnimmt alles andere finden ihren Platz Du magst ja viele Richtlinien viele Methoden aber auch viele Schlüsse aufgenommen haben Doch die wirkliche Lösung ist die Aufnahme Christi Wisst ihr Heilung ist ein Teil von der Errettung Doch die Gesinnung muss richtig programmiert werden und zwar durch die Botschaft die sie empfängt So dass man sich selbst erkennt nämlich auf die Art und Weise wie man von Gott erkannt wird und diese Erkennung so wie Gott setzt automatisch die Heilung auf den Körper frei Alles fängt mit der Botschaft an die wir uns anhören Alles fängt an mit dem was wir auf nehmen Ich bin zu der Feststellung gekommen dass viele Menschen auf dieser Welt sind so bewusst von negativen Dingen die auf der Welt geschehen also wundert euch nicht dass so wie wir hier sitzen manche Leute machen sich Gedanken über die so viele Lichter die um uns herum sind und sie schauen an manche machen sich sogar die Vorstellung die Lichter könnten unsere Augen blenden in den nächsten 10 Minuten also dieses Licht ist zu hell das könnte ja bestimmten Krebsformen verursachen ja das bedeutet man ist nämlich dem Umfeld was einem umherum ist wirklich bewusst ist und zwar so sehr ja Hingabe ist richtig aber die falsche Richtung wenn man dieses Bewusstsein auf Christus wirklich umrücken könnte also dann erstaunt man was man alltäglich erlebt mit Christus nämlich wo dein Leben und zwar immer im Bewusstsein dessen wer Christus ist gesteuert ist sogar wenn du dein Leib dein Geist ist so conscient dass es so eine Heilung ist Krankheit durchfährt sondern die Gesinnung ist so bewusst dass das was der Leib durchmacht über die Gesinnung umgesteuert wird wenn du Christus aufnimmst dann wird Christus größer dargestellt als die Probleme die du durchmachst und so wie Christus bedeutsam in deiner Gesinnung ist so wird die Probleme unbedeutsam und bevor du das erkennst sind die Probleme nicht mehr vorhanden und das ist der Grund warum wenn wir irgendetwas erreichen möchten da ist die Botschaft dabei sehr wichtig lass mich bitte mit Römerbrief 1 Vers 16 beginnen und ich habe nicht vergessen dass die Bibelstelle für unser Thema das ist 1. Petrus 1 1. Petrus 2 Vers 24 Römerbrief 1 wir lesen für 16 denn ich schäme mich des Evangeliums nicht denn das Evangelium ist doch Gottes Kraft zur Errettung ich möchte eine andere Übersetzung lesen wie das hervorgehoben wird also das ist eine Nachricht die ich ganz stolz zu programmieren mag nämlich diese außergewöhnliche Botschaft vom Gottes kraftvollen Plan Nämlich jeden zu retten der ihm vertraut angefangen mit den Juden und dann durch also bis zu jeder Person hin Dann sagt unser Elfer Förder denn ich schäme mich des Evangeliums nicht denn es ist doch die Kraft Gottes zur Errettung Jeden Glaubenden sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen also hier sind zwei Schlüsselsachen Paulus sagt des Evangeliums Christi schäme ich mich nicht also etwas was dich nicht zu Schanden bringt ist etwas was du vollkommen vertrauen kannst also du kannst nichts vertrauen was dich zu Schanden bringt und Vertrauen heißt aufnehmen wenn deine Gesinnung das Wort Gottes aufnimmt wenn deine Gesinnung das Evangelium Christi aufnimmt also es spielt keine Rolle wer noch das predigt oder wer noch das hört also das kommt gar nicht in Fokus also andere mögen sich schämen des Evangeliums doch du schämst dich des Evangeliums nicht manchmal wenn Menschen heiraten sie werden eine Menge Kommentare bekommen von denjenigen die noch nicht mal ein Teil der Ehe sind also jemand mag mal fragen warum hast du gerade diese Frau ausgewählt also du hast die ganze Welt angeschaut sogar dein Facebook und so weiter und du konntest nur diese Frau finden also warst du wirklich in deiner Gesinnung klar oder warst du dabei doch der Ehemann weil er der Ehefrau vertraut die er bekommen hat trotz all dem was man über sie gelästert haben er wird ihr immer noch sagen du bist meine liebende Ehefrau weil er sich nämlich wohl bewusst sie ausgesucht nämlich als Ehefrau für sich umgekehrt gilt es auch dass der Dame also der Ehefrau viele Fragen durchlöchert wird mit vielen Fragen also es gab in Afrika bestimmten ein Theater den man gespielt hat und diesmal ging es so dass es waren die Kinder die Mutter zur Rede gestellt haben und sie waren so sie waren am leiden und sie waren so arm dass sie wirklich um alles gebettet haben und eines Tages kam das Mädchen nach Hause so um die 13 14 Jahre jung an an jenem Abend gab es nichts zu essen und dann fragte sie der Mutter eine Frage Aber Mutter hast also hast du die reichen Männer wirklich nicht gesehen dass du diesen armen Papa von uns geheiratet hast also das hast du wohl wirklich mitbekommen dass es gab ja andere die guter Väter sein können für uns also die Reaktion der Mutter war wie folgt es gibt etwas besonders über euer Vater was einen reichen Mann nicht hat ja der Grund ihrer Aussage ist sie hat sich entschieden nämlich den Ehemann aufzunehmen als den einzigen Ehemann in ihrem Leben wenn wir das Evangelium Christi aufnehmen als unser einzigen Auswahl also es spielt keine Rolle ob du ein Einzelkämpfer bist was das Evangelium angeht oder es gibt noch zehn andere die mit glauben also es geht nicht darum wie viele Leute glauben mit und zwar an dem was ich glaube ja was zählt ist aber glaubst du der Wahrheit und deswegen sagt Paulus ich schäme mich nicht dieser außergewöhnlichen Botschaft was wir das Evangelium Christi nennen er gibt uns eine zweite wichtige Sache dieses Evangelium Christi ist die Kraft Gottes in meinen früheren Tagen des Christentums also ich habe nach der Kraft Gottes gesucht überall wo man mir erzählt hat also jede Kirche die 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 Türen aufmachen können da bin ich reingegangen ja ich bin zu jedem Berg gegangen die auch einen Baum drüben drauf hat ja zu jedem Teil bin ich hingefahren die ich finden konnte alles wonach ich gejagt habe war die Kraft Gottes ich bin so hingegeben und so fokussiert auf mein Ziel ich habe alles getan was mir an Mitte zur Verfügung stand Doch wonach sich mein Herz geschrien hat habe ich nicht erlebt Denn für mich war das so ich dachte bis ich etwas zu Genüge getan habe erst dann kann mir Christus sich selbst offenbaren so wie Paulus gesagt hat wir halten all das für Müll wenn du zu dir erkenntnis Christi kommst aber genau das sagt uns Paulus hier für diejenigen die nach der Kraft Gottes suchen nämlich die wahrhaftige Kraft Gottes ist das Evangelium Christi und er sagt diese Kraft gilt der Errettung das bedeutet wenn du auf der Suche nach der Kraft Gottes gewesen bist also das ist okay wenn deine Gesinnung nämlich in das Evangelium Christi gewurzelt ist denn du kommst zu der Feststellung dass die einzige Kraft die Gott hat ist in dem Evangelium was er uns anvertraut hat stell dir vor die ganze Kraft Gottes befindet sich im Evangelium Christi und genau das berichtet uns Paulus in Epheser 3 Vers 20 nämlich dass die Kraft Gottes in uns am wirken ist diese Kraft ist nicht außerhalb von uns am wirken doch wir Menschen was tun wir wir suchen nach der Kraft Gottes und zwar außerhalb von uns du möchtest Heilung erleben aber du suchst nach etwas außerhalb von dir doch der Drehpunkt deiner Heilung oder der Erfahrung deiner Heilung ist in dir schon und genau hierüber berichtet uns Kolossa 1 26 27 nämlich Christus in dir es ist sehr sehr wichtig also wir schauen uns mal 2 Korinther Brief an ganz kurz wir schauen uns Kapitel 4 und Vers 5 denn hier heißt es denkt dran unsere Botschaft geht nicht um uns sondern wir verkündigen Jesus Christus den Meister denn hier heißt es in Elberfelder denn wir predigen nicht uns selbst sondern Christus Jesus als Herrn so so wir die Herrschaft Christi predigen alles was sich in unserem Leben vergrößern möchte beugen sich egal welchen Titel oder Namen sie haben Egal welchen Namen sie tragen es gibt einen Herr der Herrscheren und ein König der Könige nämlich nach der Ernennung dieses Namens alles andere finden sich ihr Niveau und zwar am Boden sogar Dinge die man Gebrechen oder Krankheit nennen würde und deshalb ist es wirklich sehr sehr wesentlich als Gemeinde zu erkennen es gibt einen großen Unterschied zwischen die Schriften und das Wort Gottes also hier geht es nicht um wie viele Bibelstellen du aus der Bibel kennst Es geht um die Erkenntnis des Wortes Gottes Wenn du dich erinnern würdest und zwar in Johannes Evangelium 1 1 Er sagt die Bibel im Anfang war das Wort und dieses Wort war bei Gott und dieses Wort war Gott Also es gibt keinen Bibelferst den man finden würde im Anfang gab es die Schrift und diese Schrift war bei Gott und diese Schrift war Gott Sogar die deutsche Version macht so einen Fehler nicht Und was sagt uns das Nämlich es gibt den Unterschied zwischen den Schriften und dem Wort Und deswegen als Jesus als Mensch auf Erden wanderte Er erinnerte seinen Jüngern und all seinen Zuhörern Nämlich dass alle Schriften berichten über mich Also alle Schriften berichten über Christus Also wer ist Christus John 1 14 berichtet Das Wort wurde Fleisch und er wohnte unter uns und wir betrachten ihn und zwar als den Eingeborenen des Vaters was full of grace and full of truth und er war voller Gnade und voller Wahrheit Jesus Christ Jesus Christus also ist der manifeste Gott für die Menschheit er ist der sichtbare Gott für die Menschheit er macht den unsichtbaren Gott sichtbar er bringt nämlich den unerscheinenden Gott nämlich für uns alle erscheinbar und deshalb Paul sprach über in Kolosser Brief 1 Vers 15 Er ist das sichtbare Bild von dem unsichtbaren Gott wenn ich Jesus sehe wenn ich Christus sehe also dann sehe ich die Fülle von der Gottheit leibhaftig und wenn ich dieses Wort nochmal aufnehme und dieses Wort ist verkleidet im Mensch sein denn alles was ich in Erscheinung sehen möchte werden meine Wirklichkeit sein also wenn du nicht so ein Studierender bist ich möchte dass du den Unterschied siehst zwischen den Schriften und dem Wort Gottes die Schriften sind alles was wir in unserem Bibel vorgefunden vorgeschrieben bekommen also viele von uns sind das erste Mal in Kontakt mit den Schriften gekommen als wir eine Bibel bekommen haben und dem Menschen gibt es eine bestimmte Denkweise dass Schriften können sich nur auf die Dinge beziehen die innerhalb der Bibel sind und das ist also ich sag mal so die Versuchung ist noch größer denn warum unser Erlebnis unser erstes Erlebnis mit dem Begriff Schrift kam in einer christlichen Gruppe oder Kreis doch die Schrift bedeutet alles Geschriebene manche die einfach Notizen machen das sind eure Schriften Doch was wir in der Bibel haben sind heilige Schriften das sind heilige Schriftstücke warum sie wurden durch den Geist Gottes eingehaucht und auch zusammengestellt also was du hältst in deiner 66 Bücher ich kann nur sagen das sind wirklich Schriftstücke das sind die Schriften und ich sage euch und zwar mit aller Kühnheit die Schriften sind nicht das Wort Gottes und da brauche ich bitte eure Aufmerksamkeit und in Uganda habe ich Lehrer über christliche Bildung christliche Bildung und sie lehren Göttlichkeit in ihrer Schulen doch eines Tages war ich erstaunlich also einer der Religionslehrer der war sogar Moslem und sie konnte die Schriften zitieren sie sie konnte sogar die Schriften lehren und die Schüler haben die Prüfungen bestanden sie kannte die Schriften doch sie kannte nicht das Wort Gottes also was ist das Wort Gottes das Wort Gottes ist die Botschaft die diese Schriften uns übertragen wenn man die Schriften kennt ohne die Botschaft zu entdecken die sie tragen dann kann das Leben einer Person nicht verändert werden und viele von uns haben wunderbare Professoren nämlich der geistliche Lehre die noch nie ihren Vertrauen an Christus gesetzt haben ja also sie haben Titel hinter ihren Namen das kannst du gar nicht zulesen nämlich dass sie Doktoren und dass sie Prophetoren sind sie haben die Schriften richtig bekommen doch die Botschaft der Schriften haben sie verpasst und deshalb wenn du durch Krankheit herausgefordert bist du brauchst nicht 100 Bibeln die du auf dir legen kannst damit du Heilung erlebst was du zur Heilung brauchst ist die Botschaft was diese Schriften in sich beinhalten und wenn du diese Botschaft aufnimmst das beeinflusst dein Leben für immer und deshalb werden manche von uns das ja noch erkennen nämlich in unserem früheren Wandel als Christen also wir waren Menschen die im Worte Gottes noch nicht mal so ausgebildet so ausgerüstet sind doch das bisschen nämlich dass Jesus rettet und heilt also sie sind noch nicht mal zu irgendwelchen theologischen Training gegangen doch diese kleine Botschaft die sie raus gefischt haben aus den Schriften dass Jesus rettet und heilt das war ausreichend um Leben in uns zu entfachen also es ging nicht um die Schriften es ging über die Botschaft die die Schriften in sich tragen das ganze Gesetz der Bibel hat nur eine Botschaft die Bibel hat nicht viele Botschaft von erster Buch Mose bis Offenbarungsbrief ist die Botschaft eins und diese Botschaft ist Christus und deshalb sagte Paulus wir predigen Christus wenn wir Christus predigen und Menschen nehmen diese Botschaft Christi auf diese Botschaft beeinflusst ihr Leben und ihre Leiber die auseinander gefallen sind werden wieder hergestellt und ihre Gesinnung die durch Stress ausgedehnt und zugedehnt wird wieder Frieden finden und deshalb wenn ein Mensch eine Begegnung mit dem Wort Christi erfährt also das was für dich gezählt hat zählt nicht mehr also das was dich immer gestört hat stört dich nicht mehr also das was vorher als Sorge war kümmert dich nicht mehr und wie geschieht das indem man erstmal erkennt aber auch aufnimmt und zwar die Botschaft die Christus ist Das ist sehr wichtig dass wir anerkennen dass wann auch immer wir über die Botschaft die Christus ist sprechen Paulus erinnert uns in 1. Korinther 15 Vers 14 Nämlich ich habe euch überliefert was ich zuerst empfangen habe Nämlich wie Jesus für all unsere Sünden gestorben ist und am dritten Tag wurde er auferweckt und wenn man zu Vers 14 hinschaut Er sagt wenn man nicht aufnimmt und nicht anerkennt dass Jesus aus den Toten auferweckt wurde Unser Glaube ist nichtig und unser Predigen für den Müll Unser Glaube ruht also auf die Auferstehung Jesu Christi weil Jesus auferstanden ist nun können wir in alle Größen hinwandern die wir uns je vorstellen können also wenn deine Gesinnung nicht erfassen kann dass er auferstanden ist ich möchte dir versichern du hast noch nicht die Botschaft geglaubt also du kannst nur also gewiss sein dass unser Predigen kann nur als Gefäß Wasser beinhalten wenn wenn wir nur anerkennen würden dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und seine Auferstehung aus den Toten ist der Beweis Nämlich dass es mit ihm nichts unmöglich ist sogar der Tod beugte sich vor ihm also wenn der Tod sich beugen kann was soll ein Gebrechen in deinem Leib tun ich möchte dass du dir folgendes vorstellst Nämlich gerade von dem ersten Augenblick als Gott den Menschen bildete aus dem Staube des Erdbodens Stell dir vor jemand macht den Staub des Erdbodens zusammen und später hauchte er diese Gestalt den Atem ein und das was vorher nur Staub war wurde eine lebende Seele also wenn Gott Staub Leben schenken kann kann er nicht den Körper heilen also den Körper zu heilen oder Staub Leben ein zu hauchen welches ist größer also wenn er diese Gestalt Leben schenken kann dann kann er den Körper auch heilen also dein Vertrauen kann niemals auf die Ärzte sein sondern du wirst enttäuscht sein dein Vertrauen kann nur auf Jesus Christus ruhen und wenn du in der Lage bist dich auf ihn zu fokussieren nämlich als Glieder des neuen testamentischen Gemeinden es ist wirklich wichtig dass wir die wahre Definition dessen kennen was wir glauben wenn es um Glauben geht also was wir glauben für einen Christen nennen ist dein konstanter Fokus auf Christus wenn du dich fokussierst auf Christus dann bist du im Glauben also das ist so einfach du brauchst wirklich Hilfe das zu verpassen so ich möchte das in einem natürlichen Beispiel darstellen die Wissenschaftler berichten uns nämlich dass der Mond Licht aus der Sonne gewinnt und was ist die wunderbare Arbeit des Mondes die Arbeit des Mondes ist nur sich bloß vor der Sonne zu stellen und wir nennen die Sonne Jesus und in dem Augenblick wo du dich vor dem Sohn Jesus hältst und du schließt um und zwar du nimmst auf Jesus Christus das was wahr ist in Christus wird in deinem Leben gespiegelt denn Jesus leidet nicht an irgendwelchen Krankheiten hier und jetzt Jesus leidet von gar nichts und deshalb wenn du dich auf ihn fokussierst seine Heiligkeit wird nun deine Heiligkeit also hört auf dein Gebrechen aufzusuchen und fang an nach deiner Heilung zu schauen denn du bist schon geheilt wenn deine Gesinnung wirklich sich niederlässt darin dass du Christus in dir hast ist der die Hoffnung einfach nur diese Erkenntnis dass Christus in dir ist und deine Gesinnung erfasst diese Wahrheit denn jede Sekunde bist du voller Hoffnung deiner Wiederherstellung und das geschieht ohne Mühe und deshalb brauchen wir Christus aufzunehmen und dann sehen wir dann erleben wir die Heilung wonach wir schauen und deswegen wenn wir Petrus einschauen Petrus hat es wie folgt zum Ausdruck gebracht wir lesen mal 1. Petrus 1. Petrus Kapitel 2 Vers 24 Amplified says for he personally bought our sin in his own body Sünden on the tree as the altar and offered himself in that we might die sees to exist to sin and to live to righteousness by his wounds you have been healed damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben durch dessen striemen ihr geheilt worden seid now if you look at the message it will point it out like this in einer anderen Version heißt es wie folgt he used his servant body to carry our sins to the cross also seinen verletzten Körper verwendete er um unsere Sünden am Kreuz zu nageln so that we could get rid of sin damit wir die Sünden los sind Nämlich wir sind frei auf richtige Art und Weise zu leben Nämlich seine Wunden wurden zu deiner Heilung Wenn man all diese Menschen anschaut sie sagen nicht dass es die Wahrscheinlichkeit gibt dass sie nicht geheilt werden sondern sie bestätigen dass unsere Heilung sicher ist es ist nicht nur bloß möglich Resultat Deine Heilung steht nicht auf einer 50-50 Waage Ja also wenn die Waage so kippt dann geschieht es wenn es so kippt dann nicht Wenn du 2. Korinther Brief 1 Vers 20 anschaust Da heißt es alle Verheißungen fanden ihre Erfüllung in Christus Jesus Wenn Gott verheißt sein Wort auszusenden Nämlich Nämlich unsere Gebrechen zu heilen Die gute Nachricht heißt wie folgt Er sandte sein Wort Jesus Und in ihm unsere Leib erfahren ihre Heilung Und wenn wir nun anerkennen dass der Gesandte Christus für uns alles und in allem ist Dann können wir die Wirklichkeiten Christi erfahren So ich möchte nun schließen mit einem kleinen Zeugnis aus meinem persönlichen Leben Also ich hoffe in den nächsten Tagen werde ich euch Zeugnisse über mein Leben geben Ja also so wie ich geleitet bin werde ich über andere reden ansonsten erstmal über mich was die Heilung angeht Also worüber ich jetzt berichte ist nicht nur für mich eine Offenbarung sondern auch eine Erfahrung Also jemand der vor euch steht der wäre schon längst tot Also wenn wir wirklich diese Person und zwar nach den menschlichen normalen Umständen betrachten würden Doch der Grund warum ich mit euch dieses kurzes Zeugnis teilen möchte ist um eure Gesinnung zu einem Punkt des Verständnisses zu bringen Nämlich damit dein Leib Heilung erfährt brauchst du nichts zu tun Tatsächlich wenn du irgendwas tun musstest für deine Heilung dieses brauchst du gar nicht Nämlich alles was du im eigenen Regie bewirken und tun kann wird nicht dafür sorgen dass du göttliche Heilung erfährst Und deswegen als Jesus gefragt hat was sind die Werke Gottes Nämlich die Werke Gottes sind wirklich an den Gesandten zu glauben Und das ist nicht nur für die Heilung war sondern für alles in unserem Leben ist es wahr Als ich zur Welt kam Also man hat mir berichtet dass ich ein kränklicher Junge war Und meine Eltern haben sehr viel gelitten um mich groß zu ziehen Und also Ehre gebührt dem Herrn Als ich herangewachsen bin bin ich etwas stabiler geworden und dennoch anfällig Doch als ich angefangen habe zu kapieren als gewöhnlicher Mensch Also ich habe immer Bauchschmerzen gehabt Und die Ärzte haben über meinen Darm gesprochen Also auf bestimmte Art und Weise die nicht so schön sind Also sie haben verschiedene Krankheiten des Darm genannt und so weiter Also von den ersten habe ich nichts Gutes berichtet bekommen Also alle Berichte die ich bis dahin bekommen habe waren wirklich alarmierend Also so wie ich heranwuchs wuchs die Situation viel schlimmer Und in der Oberschule habe ich wirklich den höchsten Punkt erlebt Und bis dahin war schon über 14 Jahre des größten Leidens Ich kam zum Punkt Also damit ich wirklich ein bisschen schmerzfrei sein kann im Bauch Ich brauche immer zwei Menschen die mir helfen Also sie binden mich mit einem Stoff um den Bauch Bereich rum Also ich könnte jemand zu meinem rechten und jemand anders kommt zu meinem linken Und dann stellen sie einfach mal ihren Fuß auf meine Hüften sozusagen Und dann fangen sie an zu ziehen und zwar mit aller Kraft die sie haben Also umso mehr sie wirklich ziehen und meinen Bauch ein bisschen fest ein eng Und so konnte ich nur so eine Art schmerzfreie Momente erleben Es war so schlimm ich konnte nicht sitzen ich konnte nicht liegen konnte nichts tun Genau ich habe es einfach nur verkürzt Und eines Tages wo ich in der Schule war wo ich Bauchschmerzen habe musste ich wieder nach Hause und man brachte mich ins Krankenhaus nachdem ich zu Hause angekommen bin durch die Gnade Gottes habe ich viele gute Ärzte die mir helfen wollen und einer unserer Familienfreunde der auch ein anerkannter Arzt in Südafrika war und der war wirklich ein Spezialist in solchen Sachen die mich gequert hat und man hat dafür gesorgt dass dieser junge Mensch wirklich nach Uganda einreist Als ich im Krankenhaus war so wie man mich hingelegt hat ich war wirklich umringt mit zehn Ärzten also man könnte denken in den nächsten Sekunden stirbt Gerard meine Mutter war sehr emotional also sie hat sehr viel geweint bis sie irgendwann mal nicht mehr weinen konnte als diese zehn Ärzte um mich herum waren der Spezialist ist eingetreten also die erste Person die man raus gebeten hat war meine Mutter Ja Also in Afrika wenn man wirklich dich bittet raus zu gehen und du bist die pflegende Person des Kranken dann weißt du okay da passiert was Schlimmes Ja also da fängt an um die Beerdigung zu kümmern weil die Situation außer Hand geraten ist Und als meine Mutter rausging da ging die Fragerei unter den Ärzten los Man hat mich gefragt ob ich Drogen benutze oder missbrauche und alles Also alle Fragen wurden mit Nein beantwortet Ja Die ganzen Berichte sagten zwar negativ aber ich war immer noch am sterben Und dieser Spezialist schickte die ganzen Ärzte reihenweise raus Also da ist nur noch ich und er geblieben Und da stellt er mir ein paar Fragen Also bis heute kann ich mich an zwei Fragen erinnern Die erste Frage lautet Kennst du Gott Er sagte Ja über den habe ich immer gehört Also ich war kein hingegebener Christ Ich war so religiös in meinem Denken Ich kenne nicht die Botschaft der Schriften Doch das hat Gott nicht gehalten das zu tun was er tun wollte So your ignorance cannot stop him from revealing his love to you Also dein Unwissen dein Unkenntnis hält Gott nicht auf seine Liebe dir zu übermitteln Selbst wenn du sehr blind bist über seine Kraft er wird dir seine Kraft übermitteln Ja und nachdem er das gefragt hat sagt okay wir haben zwar alles unternommen um dir zu helfen aber nach menschlichen Möglichkeiten kann ich dir nicht helfen Also deine Situation kann nur durch Gott behandelt werden Wenn Gott zulässt dass du lebst dann lebst und wenn er dich nicht leben lässt dann bist du weg Doch als Ärzte können wir nichts mehr für dich tun Und doch ich wurde hier eingeflogen und zwar zu einem bestimmten Zweck Und jetzt bitte ich dich dass du mir einen Gefallen tust Ja also ich werde bestimmte ich sag mal so Behandlungsmöglichkeiten und zwar mit einem schwierigen Namen um das zu verbergen aufschreiben Und ich gebe dir Also sie werden nichts anderes tun also die sind weder nutzbar noch harmlos also weder harmlos noch nutzbar Also sie können dir nicht helfen aber die können dir auch nicht schaden Doch ich suche nur nach einem Bericht und zwar zu demjenigen der mich gesandt hat Also wenn ich dort ankomme werde ich sagen ich habe dir etwas wirklich aufgeschrieben an Medikament Doch das ist zwischen dir und mir Alles was ich hier aufgeschrieben habe sie werden dir nicht helfen ob du sie nimmst oder nicht Doch wenn du Gott kennst kannst du mit Gott sprechen Und so wurde ich zurück nach Hause gebracht In Schmerzen Also der Schmerz wurde schmerzvoller Warum? Weil ich das Gefühl habe okay also der Todestag nähert sich Doch inmitten der Nacht Es gab Es gab so eine Art kalter Luftzug im Raum Ich bin wirklich ehrlich ich habe nicht gebetet Denn damals wusste ich nicht dass man für Heilung betet Und nachdem ich kalter Luftzug innerhalb meines Zimmers gespürt habe Und ich hörte nur wie eine Stimme zu mir sprach Gerald du bist geheilt Also trotz aller Unkenntnis habe ich sogar gewusst das kann nur Gott der zu mir spricht Nämlich ab diesem Augenblick an spürte ich gar keine Schmerzen mehr im Dauchbereich Bis heute habe ich diesen Schmerz nie wieder bekommen Doch die Situation war so schlimm Nämlich nachdem all meine Schmerzen weg waren Ich konnte mich nicht aufrecht stellen Ja denn mein Körper war nur darauf nämlich gewöhnt dass ich gebeugt bin und zwar fast 90 Grad und zwar ein Jahr lang Ja und das brauchte für mich sechs Monate bis zu einem Jahr dass ich mich aufrecht wieder hinstellen konnte Also warum habe ich euch dies erzählt Ich um euch zu zeigen dass Gott ein liebender Vater ist Gott wartet nicht bis wir unsere Bedürfnisse an ihn weitertragen denn er wird seine Güte und seine Liebe uns gegenüber zum Ausdruck bringen sogar bevor wir darum bitten als Jesus mich heilte Ich war so überzeugt dass es ist mit Sicherheit nur Gott der diese Rolle in meinem Leben gespielt hat und da gelobe ich dem Evangelium mein Leben lang zu verkünden also ich werde mit euch weitere Zeugnisse teilen doch das ist der Anfang meiner Reise und so wie ich nun zum Dienst hineinkomme also da fing ich mit einer Erfahrung an wofür ich nicht gefastet habe wofür ich keine Saat ausgesät habe ich habe nicht dafür gebetet ich tat nichts doch ich habe Nutzen daraus gewonnen und zwar aus dem was Christus den Auferstanden getan hat also disqualifiziere deine Seele nicht von deiner Heilung denn wir sind alle qualifiziert von Gott zu empfangen keiner ist disqualifiziert von Gott zu empfangen wenn du deine Gesinnung nur auf die richtige Botschaft stellen würdest dann erfährst du genau dieses es ist so einfach wie das Umschalten eines Schalters und deshalb wenn du hier bist heute Nacht und dein Leib dein Körper verstört stört dich und zwar seit etlicher Zeit ich habe nicht nur gesehen dass Gott mich und zwar etliche Male geheilt hat sondern ich habe es erlebt dass viele Menschen vor meinen Augen geheilt sind ich habe gesehen wie Blinde sehen konnten ich konnte sehen wie Taube wieder hören konnten also ich habe wirklich viele Wunder erlebt und es gibt nichts was du dafür tun brauchst alles was du tun brauchst ist Jesus zu danken für deine Hand so wie dein Herz Christus umschließt und jede Schmerze verlässt dich heute nacht das verlässt dich nicht erst morgen sondern sie verlassen dich heute nacht und jeder der Schmerz im Leib hat bitte die Hand auf diesem Schmerz Punkt legen und wir beten gemeinsam auch wenn jemand nicht hier anwesend ist aber du weißt diese Person ist durch Krankheit herausgefordert du kannst Heilung zu ihren Leib sprechen und es geht ihnen gut Vater wir danken dir für Jesus wir danken dir für seine Wunden und das ist die gewisse Sicherheit unsere Heilung Vater wir danken dir für die Geschwister in diesem Saal Vater du möchtest und es ist dein Wille dass wir alle im Wohler gehen in unserem Leib und in unserem Dasein leben wir danken dir dass jeder und jeden die hier wirklich mit Krankheit hineingetreten sind sie verlassen hier wieder gesund in den Namen Jesu Ich spreche zu jedem Schmerzen in den Armen und Schmerzen in den Schultern Schmerzen in der Hüfte Schmerzen im Bauch Bereich Schmerzen im Kopf Augen die Schmerzen Vater wir erklären dass alle Schmerzen raus gehen aus den Leiber in den Namen Jesu jeder Körper funktioniert normal in den Namen Jesu Herr Jesus hab Dank und nun fang an dich zu prüfen und versuche das zu tun was du vorher nicht tun die Heilungskraft Jesu manifestiert dich in deinem Leib und zwar zu jedem Gewebe deines Leibes dien Jesu Jesu Vater, wir danken dir für deine Ganzheit. Und er spiegelt sich in unserem Körper. In dem Namen Jesu. Vater, jeder Fuß ist gesund. Vater, jede Knöschel ist gesund. Jeder Hals ist gesund. All die Schwere im Brustbereich ist erhoben. Und es ist von deinen Schultern weggenommen. Du bist gesund in dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu. Vater, jeder Bericht des Arztes ist umgekehrt in dem Namen Jesu. Und ich erkläre einen neuen Bericht über dein Leib. Dein Leib ist gesund und wohl auf in dem Namen Jesu. Deine Augen sind wohl auf und klar sich ist der Tagesordnung. Deine Ohren sind gesund in dem Namen Jesu. Und jegliche Symptome. Und auch wenn es nur irgendwelche Hautirritationen sind, die sind raus in den Namen Jesu. Jeglicher Virus stirbt von der Wurzel ab in dem Namen Jesu. Ich spreche Wiederherstellung zu unseren Körpern. Also Wiederherstellung zu jedem Gebrechen, zu jeder Krankheit. In dem Namen Jesu. Vater, wir thank you. Hab deinen Vater. Dass du so ein liebender Vater bist. Wir danken dir für den Fluss, für den Strom der Heilung in unseren Leibern. Jetzt und für immer. Wir erklären, dass wir gesund sind und wohl auf in dem Namen Jesu.